Das Weihnachtsgeschenk Vom Christkind hat, wie man sieht, der Hansi ein Großauto gekriegt. Mit Batterie und Funkleitschalter. Der Vater meint halt, der ist dumm, es fährt er selber mit dem drum. Draust in der Kuchel kreuz und quer und gibt an Schalter nimmer her. Der Hansl biet und bettelt schon, geh, gib mir's Papa, ich bin dran. Nein, nein, sagt er, morgen in der Früh, da kriegst du das du, jetzt schau mir zu. Der Bub hat das nicht lustig gefunden. Ist starrt im Wohnzimmer verschwunden. Er geht auch lang nehmt an, der Kleine. Denn alle haben mit dem Auto zu tun. Ja, erst eine halbe Stunde darauf, da fällt der Mutter auf, sie hat ins Wohnzimmer eingeschaut und hätte bald ihre Augen nicht traut. Da sieht's grad, wie der Bub hantiert vom Vaters Weihnachtsgeschenk probiert. Beim Tisch, beim Kosten, bei der Bank und auf dem Sessel auch ein wenig. Beim Fernsehkassel meint man schon, es war der große Wulzwurm dran. Leg's weg, schimpft Mutter, lass das sein und geh mit mir in den Kuchen ein. Oder lieber gleich ins Bett. Ein fremdes Geschenk, das nimmt man nicht. Der Bub, der wohnt und schnaufelt auf. Du Mutter, sagt der Hansi drauf. Ich bitte, ich sag's dem Vater auch, dass's mein geschenktes Auto war. Und wenn er's hergibt, kriegt er dafür seine Akku-Bohrmaschine von mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017